Dafür haben wir jetzt eben ein großes Projekt geplant im Mai. Wir wollen ein Kinderzirkusprojekt durchführen und wir dürfen auf dem Gelände des Waldheimen Reichbergs ein Zirkuszelt aufstellen und veranstalten dann ein Zirkusprojekt für Kinder ab sechs Jahren. Also es sind dann Ganztagesworkshops. Toll. Genau, und dafür laden wir professionelle Künstlerinnen, Artistinnen und Tänzerinnen, Schauspielerinnen aus ganz Deutschland ein, damit die Kinder eben zusammen mit Profis trainieren können und dann auch für eine gemeinsame Abschlussshow trainieren können.